Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 und heute habe ich einen Live-Kommentary für euch vorbereitet, was um Rassismus geht. Ihr habt bestimmt alle schon mal über Rassismus gehört und heute wollen wir doch mal ein bisschen über diesen Rassismus eingehen. Ich möchte einen Clan ansprechen und ich hoffe es ist dir recht, wenn ich jetzt lieber nur eine Liede dafür als Beispiel nehme, weil mich einfach der Leader dieses Clanes sehr positiv überrascht hat. Gut, meine KD jetzt nicht, aber es geht um Libanon Elite in diesem Video. Libanon Elite ist ein Leader des sogenannten Libanon Elite Clanes und hat auch einen eigenen YouTube Kanal und dieser Clan besteht aus Türken, Afghanern, Iranern, Afghanen, Pakistanern und natürlich auch Deutschen, Türken und Libanesen, alles bunt gemischt. Das ist für mich ein gutes Zeichen für Integration dieser Agent Modern Warfor und der ist mir sehr sympathisch. Der hat mir auf jeden Fall erzählt, dass Freunde von ihm ein türkisches Emblem, nein nicht Freunde, aber das habe ich im Kommentar gelesen, dass auch andere Leute ein türkisches Emblem drin gehabt haben und ja, wurden von Deutschen eben als Türkenfresser bezeichnet. Finde ich, äh, ich war ein bisschen schockiert. Sind wir das wirklich? Warum beleidigen wir eigentlich andere Länder, andere Religionen? Ich kann das natürlich auch nicht verstehen, warum das so ist. Hm. Es ist, es ist leider so. Habe das sehr oft schon gesehen in den Sprachchats, auch in anderen Accounts. Ich habe mehrere Playstation Accounts und da habe ich erlebt, dass eine Gruppe, also ich glaube es waren sogar ein paar Deutsche, äh, die eben, ähm, ja, andere Türken und ich glaube es waren sogar Türken, was waren die anderen? Kurden, Kurden und Türken haben die beleidigt. Ein eigener, eigenstelliger Clan, kompletter Clan, im gelben Tekt drin, weiß den Namen nicht mehr. Und, äh, die haben auf jeden Fall, äh, die ganze Religion von den Türken und den Kurden beleidigt. Und ich finde das natürlich eine furchtbare Sache, warum man so etwas tut. Wie kommt man eigentlich dazu, solche Kraftausdrücke, äh, zu benutzen und, äh, über einen Menschen herzuziehen, den man überhaupt nicht kennt. Und, ja, da auf jeden Fall war ich da mal in der Lobby drin. Da haben Deutsche, das waren Deutsche, 100% Deutsche, äh, eine Türkenflagge als Emblem genommen und haben dann Bomben im Hintergrund. Also, Türkenflagge und dann im Vordergrund waren da Bomben. Und haben gesagt, hey, schaut mal, wir haben, äh, Bomben auf eurer Flagge. Das ist ganz, ganz schlimm und ganz schrecklich. Das ist ein ganz klarer Fall von Rassismus, ganz schwerem Rassismus. Egal, ob diese Leute jetzt 10 oder, äh, 55 sind, das ist absolut kein Thema. Rassismus bleibt Rassismus, egal wie alt man ist. Das muss verboten werden, das sollte auch bestraft werden, finde ich meiner Meinung nach. Aber leider gibt es sowas nicht. Man kann heute leider, leider, leider heute herziehen über andere Nationen, andere Länder, über andere Religionen. Es passiert eigentlich gar nichts. Jo, auf jeden Fall haben diese Kurden und Türken dann die anderen Deutschen, ja, versucht zu beleidigen, was ich absolut richtig finde, um die Ehre zu verteidigen. Aber, die Deutschen haben weitergemacht und irgendwelches rechtsradikales Zeug eben ins Headset gemacht. Weil immer sind halt diese Türken und die Kurden halt wieder rausgegangen. Denen war es zu blöd. Und dann haben die wirklich gesagt, die Deutschen, hey, wir haben gewonnen, wir haben die rausgekickt, Alter, aus unserem Land. Und um sowas zu sagen, ist natürlich schon krass. Und ich wollte euch einfach das mal sagen, dass ich das furchtbar finde und dass ich das natürlich nicht unterstütze. Rassismus und egal, ob ich jetzt hier eine Niederlage erzielt habe, haut rein Leute. Peace out. Sag nein zu Rassismus.